Hallo und herzlich Willkommen zu unserem TechSnack. Mein Name ist Martin Schmidt. Ich bin Entwickler und Consultant bei Riesmann & Ring. Ein modernes User-Interface, das ist eine Erwartungshaltung, die viele von unseren Kunden haben. Zu Recht. Aber was ist eigentlich ein modernes User-Interface? Betrachtet man die letzten zehn Jahre, ergibt sich eigentlich recht schnell ein Bild. Wir sind es mittlerweile gewohnt, viele Dinge über unsere Smartphones zu machen. Wir haben Smartphone-Apps, mit denen wir kommunizieren können, Online-Banking machen, Nachrichten lesen und so weiter. Diese Apps haben alle eine große Gemeinsamkeit. Sie sind leicht zu bedienen und leicht zu erlernen. Zumindest die meisten. Zum Beispiel eine Messenger-App. Sie zeigt im Hauptmenü die Liste der letzten Kontakte an, mit Bildern, mit Zeitstempel, mit dem letzten Nachrichtentext. Und wir gehen davon aus, wenn wir einen von denen auswählen, dass wir dann direkt in dieser Unterhaltung landen. Die Tastatur öffnet sich und wir können unseren Text eingeben und dann die Nachricht abschicken. Die meisten Messenger-Apps arbeiten nach diesem Prinzip. Keine Überraschung, wir wissen genau, was von uns erwartet wird und wie wir das Ding bedienen. Dieses Erlebnis nennt man User Experience. Der Smartphone-Nutzer kennt seine Apps, er weiß, welche Abläufe es gibt und er kann diese Erfahrungen in der Regel relativ schnell auf neue Applikationen übertragen. Zeigt eine Applikation beispielsweise ein kleines Quadrat oben links in der Ecke mit drei Balken. Dann wissen wir ziemlich sicher, das ist ein Menü. Da können wir draufdrücken, dann geht ein Menü auf, wir können irgendwas einstellen. Gibt es an einer Stelle drei Punkte, die übereinander stehen, dann wissen wir oftmals werden damit zusätzliche Informationen angezeigt. Genau diese Möglichkeiten wollen wir für unsere Kunden auch erlebbar machen. Die Nutzer sollen dabei nicht verwirrt sein, sondern sie sollen sich zu Hause fühlen. Das reduziert Stress und Fehler in der Benutzung der Software und führt dazu, dass die Anwender die Software nicht als Hindernis sehen, sondern als Werkzeug, was ihnen bei ihren täglichen Aufgaben hilft. Wege dahin gibt es viele. Unsere Usability Engineers hier bei Lachmann und Drink achten darauf, dass diese Oberflächen intuitiv sind, leicht zu benutzen, übersichtlich. Ja, und unsere Entwickler nutzen dann verschiedene Technologien wie zum Beispiel browserbasierte Interfaces, um die Software auf verschiedenen Endseiten verfügbar zu machen. und ihre Nutzer können dann einsteigen und ohne aufwändige Einführungen die Kennfunktionalitäten der Software nutzen. Ein modernes User-Interface ist also nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern eine Frage der Übersichtlichkeit und der Einfachheit der Bedienung und damit sparen Sie am Ende Zeit und Geld. Bis zum nächsten Mal bei Lachmann und Drink. Ihr Martin Schmidt